moin moin und herzlich willkommen zurück die elder scrolls arena wir sind hier auf der suche für den könig nach so einer jungen dame oder ihren jungen herren keine ahnung wir müssen jemanden hier befreien und wir haben hier wieder so magier und starben da wo müssen wir weiter da haben wir schon eine blaue hier sind die gegner so laut wenn ich ja auch noch ein bisschen weiter bluten und suchen muss ich hier geht es nicht weiter oder ist eine geheime tür hier ist keine geheime tür ok das war es mal mit meiner aussage dass die gegner hier so low sind doch der bleibt kaputt ich würde sagen healing aktivieren wir wieder mal aber hin und wieder so ein steingohlem oder so ist dann auch wieder gut weil dadurch können wir besser leveln bei sterben gegnern aber den mark hat er nicht mehr habe ich den wenigstens eingesammelt das war jetzt interessant dass der jetzt genau vor mir gespawnt ist ich habe jetzt wirklich keine ahnung ob ich jetzt den mark eingesammelt habe oder nicht hier geht es nicht weiter hier geht es nicht weiter hier geht es nicht weiter wo kommen die auch hier geht es auch noch ein bisschen weiter ich nehme meine aussage mit low gegner komplett zurück ich nehme sie komplett wieder zurück wenn hier jetzt doch öfter steingohlems auftauchen ich hatte jetzt eher gedacht dass hier so bell sports und so weiter häufig eher sind oder so mage ist aber nie ein golems sind genauso oft beziehungsweise bis jetzt noch bis jetzt noch genauso oft dann müssen wir jetzt hier mal darin schwimmen ja hier war es richtig und war bestimmt wieder ein steingohle und hier ist gar nichts ja genau mach mir alles kaputt aber zum glück sind die nicht zu hoch ja so viel haben einen haufen von denen ja ein bisschen ja du mag sag jetzt mal zumindest für mich ok die gehen jetzt schwimmen ja nice ah den können wir nicht mehr tragen ok wollte ich jetzt nicht wollte hier drauf mal schauen was wir wegschmeißen können gehen hier zum beispiel können wir trocken gehen können wir trocken noch ihr das können wir trocken warum haben wir nicht starbe im inventar solchen damit wenigstens ein paar magische long source wieder offen diesen jetzt wird wir haben drei max magra plus und wir sind jetzt schon bei 8,2 millionen fast und dann hat man das wert wissen wir ja nie 35 gold dankeschön so hier geht es noch weiter führte aber nirgendwo hin und hier gibt es ja dann bleibt uns nichts anderes über außer den weg darin jetzt zu suchen und das heißt hier schwimmen kommt da haben wir den raum geht auch kaputt aber wie soll ich noch drauf so nochmal shielding und deal of two so broadsword er bringt mir was wo muss ich hin ach hier geradeaus dann können wir schauen was hier ist nichts warum sind wir jetzt auf einmal so schnell im Gegensatz zu frohen also von der Geschwindigkeit du sagst du bist du sagst du ist nie bei ich habe angst dass wir desist werden machen wir hier ein save game weil das ist schon sehr sehr weiter weg den wir hier gehen müssen um zurück nach black rose zu kommen so ein ordentlicher labyrinth hier ist kein gold aber viel schwimmen auf jeden fall ja hier falle ich wieder ein paar hier geht es nicht weiter oder ist hier eine geheime tür vielleicht nein keine geheime tür keine geheime tür hier ist auch schon wieder Ende ah der schon wieder na aber solche dungeons feiere ich schon ein bisschen mehr als die anderen hier geht es gar nicht weiter weil hier kommen diese überstarken gegner nicht zu rauf vor also nicht auf einen schlag sondern immer nur vereinzelt er hat nichts ist dann hier lang also hier durchschwimmen hier geht es auch noch weiter ich würde dann lieber nein nicht den sondern den anderen da ich würde erstmal gleich lieber den hier weiter schwimmen ja nochmal ein bisschen weiter schwimmen dann ist die ausdauer so gering gerade nein ich sehe da wieder ein schatz ich sehe da wieder ein schatz da ist wieder was magisches bei dann können wir mal hier durch da ist die ausdauer so stark flöten wirklich okay wir müssen wahrscheinlich eher mehr Richtung Osten beziehungsweise Norden gehen wir mal hier rum Richtung Osten also hier ist ein bisschen niemand aber immerhin wieder ein paar Türen Entschuldigung das Wort jetzt total verschluckt keine Ahnung wo ich jetzt hin muss jetzt kommt es gleich gibt es noch eine dritte Ebene hier ich würde es dann feiern wenn solche kleinen Landen noch eine dritte Ebene hätten ein kleines bisschen würde ich es auf jeden Fall feiern auch Gold das feiere ich auch immer okay hier ist wieder Ende jetzt eigentlich nur dieser Bereich und halt hier im Süden aber ich gehe nicht davon aus dass die da jetzt im Nordwesten irgendwo ist jetzt werden wir aber auch verdächtig wenig angegriffen gerade in dem Moment liegt das jetzt vielleicht daran dass dass wir jetzt zu weit weg vom Ziel sind oder er hat vielleicht andere Gründe wir suchen auf jeden Fall einen Gould wenn wir irgendwo hier sein sollten da haben wir den ging aber schnell drauf ah der Herr seid ihr die Holdemeid dich retten muss dann machen wir hier nochmal ein Save Game nicht dass wir irgendwie nochmal eine Art Gegner finden da ist ja schon leichter Ausgang mir ist hier richtig abgebogen der hat mich jetzt erschrocken kein zahle Gold dankeschön aber sonst nichts wertvolles wo waren das ach so und ja dann hier war das Richtung Jüden und dann ja Richtung Osten und dann ist es egal ob wir oben rum oder unten rum gehen wir gehen mal erstmal oben rum gegen die Gegner hier sind wir ja stark genug weil die jetzt auch nicht zu Haufen hier sind die Erfahrungspunkte nehme ich mit und die 40 Gold auf ja dann genau müssen wir hier hin nice schaffen wir schaffen wir wohl rechtzeitig Black Rose genau äh wann kommen wir an wann müssen wir ihn zurückbringen jetzt will ich es wissen welches hier haben wir eigentlich äh King Claudius has in her two Melus the King's hair my parent my parent who is in Croves in the Labyrinth of Cloud north west of Black Rose Kreda ist 18th of Sun's Dusk ok Sun's Dusk he is now one of my Frostfall oops not schaffen war es schaffen war so wir sind da ah helllichter das nice das heißt wir haben gleich genug Geld um das letzte eben Erzteil zu kaufen was uns fehlt vielleicht ist das was wir im Inventar haben ausreichend also wenn wir das verkaufen ausreichend an Gold um alles nochmal zu reparieren so aber jetzt sehen wir mal schauen wir mal was der König hier sagt so you have rescued my here parent from the dark brotherhood and my gratitude to you is enormous please accept the 6800 gold pieces as a token the death I owe good luck in your travels you will be remembered in Black Rose oh dankeschön 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 wir haben jetzt 34.000 das müsste locker reichen für das letzte Schulterstück genau 32.000 brauchen wir dafür ich würde sagen wir reisen jetzt nach Brüderbridge wo haben wir Riverbridge hier haben wir Riverbridge 11 Tage ja dann mal los was sagten die Uhr gerade 6.30 Uhr am Morgen ok die Leute fangen gerade erst an umzulaufen wir brauchen aber irgendwas mit Armaments hier müssen das hier suchen ähm ist das hier das jetzt oder hier gibt es nicht nicht viel mit Armaments dann muss es das hier sein Blackless Marken Nuss Armaments Quest of Fear ok ist das der ne ne Adventure Sunbees hier ist das das nein hier ist das nein und hier kommen wir nicht vorbei oh hier haben wir noch einen Laden Release Supply Store ne gleich haben wir alle Läden durch die es hier gibt obwohl die haben relativ viele Läden da haben wir es nice 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 so was ist denn hier passiert so aber wir brauchen hier genau 32.000 ja ja können wir das jetzt mal anziehen Ebony Power Run auf Luck und wir sind vollständig der dunkle Ebenerzritter das gefällt mir jetzt gerade gar nicht ich habe jetzt Angst um das Spiel das wollten wir nicht nicht hier äh warte wo haben wir das Blade Polren genau ja hier Blade Helm genau 2.100 Dankeschön Farah Polaxi ok ich hatte mehr Iron Helm äh hier Tower Shield kann man nicht immer Bestpreise kriegen hier ganze 7 Gold hier dann Longsword 890 und 236 und 236 also ah hier gibt es wenigstens gute Preise und dafür weniger ziehen wir dafür 600 und hier 665 ja wir sind auch schon wieder bei knapp 10.000 2906 das ist auch ein guter preis dafür 4600 ja ein guter preis für den 134 ok noch irgendwas alles ist mittlerweile ebony hier ok das war's dann können wir jetzt die sachen mal reparieren er muss nicht ok die 1931 ja und der ok gut der braucht auch nicht den haben wir gerade gekauft was mit denen 1702 ok der braucht auch nicht ja ja ok ja ok das sein dass die marx und christus und so weiter jetzt mittlerweile und dauernd er ist fertig wer also der spiel ok er muss auf der anderen seite ebenfalls der einer ein genauer equipment store sein so repair wo waren wir stehen geblieben christel ja grace of your crew genau Na, viel Geld haben wir jetzt auch nicht mehr. Die Frage ist, können wir uns das gleich noch leisten? Mit den Tränken? So, dann jetzt der Torque. Gut. Und Amulett. Sonst haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr. Okay. Das heißt, den markieren wir uns einmal. New Merchandise. Dann fragen wir den mal, wo die... Magier-Gilde ist, genau. Staube East. Okay, hier geradeaus durch. Markiere mir das hier auch mal. Meins. Das ist die Magier-Gilde, oder ist das ein Tempel? Ja, das ist ein Tempel. Ja, das ist ein Tempel. Gute Frau, wartet. Ich sehe schon. Gut. Ich habe gedacht, wir hätten was Verbrauch gehabt. Aber okay. Dann suchen wir halt die nächste Taverne. An den Läden, wo wir gerade waren. Ich weiß, da war ja zwar gerade eine Taverne, aber was soll's, wir gehen da jetzt eben hin. Dann pennen wir hier die 10 Tage durch. Wo ist denn der Barbesitzer? Wenn er jetzt da hinten in der dunklen Ecke ist? Ja, ist er. Ja, Singlezimmer. 10 Tage, genau. Exit. Dann pennen wir jetzt 240 Stunden, also 240 Stunden durch. Und wo ist denn der Ausgang jetzt? Was müsste da sein? Was müsste da sein? Das hier ist wirklich zu groß. Und zu dunkel auch noch. Da müssten meine Sachen hinten irgendwo und fertig sein. Hier ist rechts. Ja. 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 Und drüben holen wir die auch noch ab. Und drüben holen wir die auch noch ab. Ja. Genau. Genau. Und dann sind wir jetzt vollständig. So Ebony Boots, Quartier noch, wir sind vollständig, haben alles an Items was wir haben wollten. Das heißt, wir sind eigentlich, allein von Ausrüstung her, bereit, uns Jacker-Fahn zu stellen und so weiter. Okay, wir müssen noch zwei Gebiete machen, noch zwei Stabteile, eine hier, der andere da und dann geht es hier rüber, Jacker-Fahn zu besiegen. Das sind ja auch neun Länder, beziehungsweise Orzima, das hier sein soll, der Bereich der Orks, zählt ja nicht dazu. Komischerweise, erst auf dem Morrowind, so wie ich das mitbekommen habe, zählen die als eigenes Volk, aber das richtige Spiel war das Volk. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter, uns auf Versuche nach dem siebten Stabteil und nach Mirkwood. Und ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, 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 ich bin's.